Servus Leute, heute habe ich zwei Szenen für euch, einmal auf Interchange und einmal auf Customs. Auf Interchange, wie man mit etwas, ja, ratigem Gameplay umzugehen hat und auf Customs einfach Dreier-Dombs-Action. Beides in der Nacht und wie ich das immer mache bei den Szenen, habe ich es bloß aufs Wesentliche zusammengeschnitten. Den Loot-Teil und sowas habe ich weggelassen. Ich bin übrigens da jetzt der tägliche Life of Twitch, twitch.tv slash outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und ein Kommentar unter dem Video hilft immer sehr. Jetzt viel Spaß. Spieler? Ja, oder? Doch, war ein Spieler, Leute. Moment, hier unten hat was gehustet. What the fuck? Hat sie nach unten gehauen? Das war tatsächlich ein Spieler. Das war tatsächlich ein Spieler. What the fuck? Ah, das ist ein Scaffer, trotzdem. Fix unterwegs. Schau mal, was der so für uns hatte. Gott, ist das denn? Es liegt ja im Vier. Holy shit. Er hat gute Ammo. Islo und Moin, wie geht's? Er hätte mich eigentlich schon hören können mit seinem Headphone, ne? So ist das nicht. Ah, er stand neben dem Generator, ne? Das ist auch nicht so geil. Moin, stirb. Moin, stirb. Echt jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwie das Gefühl, da kommt noch mehr. Er hat sich aber gezeigt. Ich hab den gelootet. Wieso schießt der nicht auf mich? Der hätte mich beim Looten abstauben können. Ja. Ja. Das war's für heute. Mir geht's bestens. Doch bei dir auch, ne? Wir gehen jetzt einmal hier außen rum und schauen mal von hinten in Burger Point, ob da noch irgendwo einer hockt, weil... Wenn einer so spielt, dann hat er vielleicht noch drei Mates, die auch so spielen. Wieder an derselben Stelle ist er gestorben, ne? Genau neben dem Generator, konnte mich nicht hören. Maut Saitu Timoyne. Ja, Kuba, danke für den Prime 23. Wir kommen zur Gnabo-Falle. Danke für den Support. Alter, wie sie hier drin rumgammeln. Was zur Hölle? Also, wir zeigen Merch. Nee, Bierguck habe ich leider keinen. Spieler. Auch einer. Hä? Hä? Was macht es mir doch? Wo kommt jetzt der Skeff da her? Das waren doch auf jeden Fall Spieler. Erstmal looten. Es geht Endurance an, naja. Die Jungs waren am besten. Das ist mir leid. Oh shit. What the fuck? Jetzt mal ernsthaft, was höre ich für Sounds? Das ist mir leid. Das ist mir leid. Ah, das war schön. Oder? Das ist mir leid. Also, wir sehen uns was. Das ist mir leid. Am besten cool. Fertig. Das ist mir leid.